Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal, der neue Pass ist draußen, ich habe es leider verpasst aufzunehmen, war aber wie ich schon mitgekriegt habe sehr chaotisch in Bezug auf das Gunmarks ja jetzt so anscheinend nichts mehr wert sind, so wie ich mitgekriegt habe von einigen von euch und auch von meinen Kollegen, das wurde zwar relativ schnell gefixt, aber es ging wohl für 5-6 Stunden, dass wenn du mit einem Panzer eine recht solide Runde hattest, sagen wir mal mit einem 10er jetzt einfach mal so im Durchschnitt davon ausgegangen so 5000 Damage machst, kombiniert reicht schon, dass du da einfach die vierte Gunmark drauf hattest, einfach so mit einem Gefecht und das bei jedem Panzer. Auf jeder Stufe, halt nicht mit so einem Wert, aber ja ich weiß jetzt nicht inwiefern Wargaming das gefixt hat, also sie sollen es gefixt haben, inwiefern ob den Leuten die Gunmarks wieder weggenommen wurden oder ob die jetzt nur angepasst wurden, dass sie mit einem Gefecht wieder droppen, ist einmal dahingestellt. Ich habe meine hier noch drauf, ich bin gerade schon ein wenig durchgegangen, ja ist für mich halt nichts überraschendes mehr, da ich mir jetzt mittlerweile ja schon seit Jahren denke und das ja auch bekannt ist, jedes Update bringt neue Features. Und man sagt ja auch gerne, it's not a bug, it's a feature, deswegen, das ist alles im Rahmen von Wargaming noch, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ich erinnere mal hier an die Zeit, wo dieser Kollege frisch war und der nur Ketten hatte, aber keine Panzerräder inne drin. Also er ist mit, keine Ahnung, Vakuum zwischen den Ketten gefahren oder was weiß ich. Es gab wirklich eine Zeit, da haben diese Panzerräder gefehlt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man die wirklich so nennt. Bitte verzeiht mir das, wenn es einer weiß, erleuchte mich mit deinem Wissen. Ähm, das sah auch schon sehr, sehr spacey aus und ja, weswegen wir jetzt hier bei den Franzosen und dem Zweiten Weltkrieg sind, ist der Battle Pass. Die Hauptbelohnung auf Stufe 100 hier ist der HMH M51, gibt auch den normalen, fand ich ja absolut geil, finde ich auch immer noch. Spiel halt jetzt gerade zur Zeit wenig Zweiter Weltkrieg, das soll uns aber nicht dran hindern. Ähm, wir schauen mal kurz über den Season Pass drüber. Wir können jetzt hier auch, achso, wir gehen kurz auf den Laden noch, bevor ich das vergesse. Ihr könnt euch den kleinen holen und jederzeit zum großen upgraden. Auf dem großen Pass habt ihr halt noch diesen T41E1. Den früheren Tech Tree Bulldog mit 10 Schuss Autoloader ist jetzt als Premium wieder zurückgekehrt. Ach, Wargaming, warum denn auch nicht, weil der Spick kam ja auch als Premium Version mit 3 Schuss Autoloader wieder zurück. Warum denn nicht der M41 Bulldog? Heißt ein bisschen anders, hat aber denselben Clip. Können wir kurz hier auf die Stats schauen unten. Ja, wir sehen Schuss pro Magazin 10, Intraclip 2 Sekunden. Ja, Genauigkeit 0,36, Zielerfassung 1,8. Nachleutezeit 28,5. Das ist okay, man kommt standardmäßig auf eine dBm von 2100. Es ist ein Scout immer noch, er hat jetzt auch nicht die beste Pen. Ja, muss man wissen, der hat mich diesmal nicht gereizt. Deswegen werde ich dazu auch kein wirkliches Video machen, weil ich mir sage, da reichen die 2000 für mich. Ich brauche diesen Bulldog nicht. Dadurch Bulldogs auf Stufe 8 mittlerweile eh nicht mehr so gute Scouts sind. Und es 1000 bessere Scouts gibt, siehe die Franzosen mit ihren Rad- und Ketten-Scouts. Hier der Lynx, der EBR-Vanguard, der HMH, die Bachel 12-Town, alle besser. In meinen Augen, finde ich. Und auch bei den Russen, den Deutschen, also, ja gut, bei den Briten jetzt noch nicht. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und im Season Pass gehen wir jetzt mal kurz durch hier. Die ersten 10 Stufen, relativ normale Belohnung. Premium-Tage, Bono, äh, Booster. Ein bisschen Gold mit dem gekauften Equipment. Und, also, das Wappen, ja, so typisch ist. Auf der zweiten Seite auch. Da haben wir aber schon hier zum Beispiel einen Ansatzer drin, den man dann kostenlos mitkriegt. Das ist cool schon mal. Ansatzer ist immer gut. So, auf der nächsten Page, auf Stufe 25, gibt es den T-34 geschützt. Wer den schon hat, kriegt das Silber. Einwandfrei kann man mitnehmen. Kommandanten weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Kommandant schon. Ich weiß nicht, ob ich da das Silber kriege oder einfach den Kommandant doppelt habe dann. Ich weiß, dass man aus Kisten die doppelt ziehen konnte. Aber aus dem Pass, weiß ich nicht, ob das genauso gehandelt ist. Werde ich sehen. Ja, hier das Übliche halt wieder auch. Ein Kommandant und sonst nur. Ähm, 45 gibt es dann kostenlos. Den M56 Scorpion. Ist ein cooler Siemer TD. Hat einen guten Tarnwert. Hat eine, okay, Kanone ist mobil, klein, wendig. Kann schon in den richtigen Händen wehtun. Ist jetzt aber auch nicht unbesiegbar. Also, ja. Ist ein cooles Ding. So, dann gibt es hier eine kostenlose Tarnung für den, äh, Centurion MK-5-1 für den Cold War. Das ist der Top-Tier Briten-Ära 1. Ja. Ist einmal dahingestellt. Dann gibt es auch die erste Karte hier dazu. Ähm. Dann gibt es hier noch den Maka-5-Skin. Das ist der Cold War Platz 1, wenn du dir den kaufst. Den Pass. Eine Karte. Dann hier zwei Kommandanten gleich. Einmal kostenlos. Einmal mit dem bezahlten Pass. Für 2000. So, hier haben wir auf Stufe 90 wieder zwei Karten. Das ist cool. Vor allem die rote, die ist, die ist immer geil. Da habe ich zuletzt wirklich noch ein Premium gezogen. Ähm. Wodurch ich auch wieder ein wenig Gold jetzt auf der Kante habe, nämlich. Ja, und dann sind wir schon auf der letzten Seite. Und da ist im Kostenlosen der Sherman drinne. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und im bezahlten ist der Maka-5 drinne. Maka-5 ist einfach nur der M48-Petten mit Schott. Ist so ein Parallelstück zu dem M60. Also zu dem Maka-86. Ich bin gespannt, wie er zum Tech-Tree performt. Weil der Maka-86 ist ja Tech-Tree. Der Maka-5 ist ja ein Premium. Werde ich auf jeden Fall den Maka-86 in der Garage erstmal lassen. Und schauen, wie beide sind. Und welcher da wirklich besser ist. Weil mit den Maka-8s, ganz ehrlich, bis jetzt Ära 2. Ja, nein, danke. Das mal so im Schnelldurchlauf. M51 Superschirmen. Was gibt es dazu zu sagen? Panzerungstechnisch nicht viel. Wir haben 88mm hier nur an der Turmfront. Also an der Kanonenblende. Ansonsten besteht das Ding aus Pappe. Ist ein Unterstützungsmedium. Können wir gleich von vornherein festhalten, in meinen Augen. Wir fahren 43mm vorwärts, 16mm rückwärts, haben Leistungsgewicht von 13 PS pro Tonne. Das ist nicht viel. Wir haben 1400 HP. Das ist okay. Er ist relativ träge. Wir haben 15 Grad nach oben, 10 Grad nach unten. Die 10 Grad nach unten klingt viel. Dadurch der aber sehr hoch ist, kommt da nicht viel bei rum. Aber das ist das Problem, finde ich. Ansonsten, Erkennbarkeit in der Beweglichkeit 376. Sichtweite 456. Wegen Equipment. Kommandant habe ich noch nicht drauf. Also wird das nochmal besser. Wir können das eigentlich vorher machen. Dann haben wir gleich die Werte mit einem Kommandanten. Jetzt muss ich kurz schauen. Filter, Filter, Filter. Französisch. Haben wir denn hier ein Medium? Hier der Borras zum Beispiel. Den können wir nämlich gleich mal hier... Zack, zack, zack. Wo ist er? Ja. So. Dann kommen wir auf eine Tarnwert von 368 und eine Sichtweite von 510. Das sieht schon mal anders aus. So. Wir haben eine DBM von 2500. Ist nicht viel. Ist okay, sage ich mal. Nachladezeit 9,3 Sekunden. Genauigkeit 0,28. Zielerfassung 2,1. Zielerfassung ist ein bisschen lang. Aber die Schüsse gehen doch recht gut rein. Er wird gebalanced durch die Pen. Die ist relativ niedrig. Ihr habt 200 nur auf der APCR. 250 auf der Heat. Gegen 10er ist schwierig. Die HE kannst du weglassen mit 53, finde ich. Wir haben 390 Alpha dafür. Das ist okay. Und... Ja. Muss man halt spielen wollen. Ich finde ihn geil. Ich fand ihn damals schon geil. Er hat mir optisch schon gut gefallen. Einer der wenigen Schirmans, der mir gefallen hat, wirklich. Und... Deswegen habe ich auch beide Stücke hier drin, nehme ich. Da war ich wirklich noch auf dem Trip, dass ich mir auch beide hole. Jetzt mittlerweile würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Da würde mir einer reichen. Aber... Aus Fehlern lernt man. Und ja. Ich habe drinne Ansätze, Lüftung und Optik. Ich wollte jetzt gerade Stubby sagen. Warum habe ich hier keinen Stubby drin? Hat er so gutes Gun-Handling gehabt? Hätte ich ja noch besseres Gun-Handling eigentlich. Oder wollte ich alles auf Reload setzen? Das ist schon so lange her, Freunde. Wirklich. Bei dem habe ich die Optiken raus dafür Stubby drin. Dann könnten wir sogar mal gucken, welcher besser performt. Dann machen wir zwei Runden mit dem Ding. Einmal mit dem. Und einmal mit dem anderen einfach. Einfach um zu schauen, was besser ist. Aber auf Reload würde ich schon alles setzen, weil der recht lang ist. Hier werde ich dann jetzt noch mal kurz das austauschen. Und ja, wir spielen jetzt weiter Weltkrieg. Wie gesagt, ich habe nur mal eine kurze Pause gebraucht damals. Oder was heißt damals? Das klingt ja schon ewig. Aber vor kurzem. Das ging mir so auf den Sack. Und jetzt ist auch die Light-Up zum Glück draußen. Oder hoffe ich. Dass das auch endlich mal wieder runtergefahren wird. Ja. Ansonsten. Ich sehe gerade, ich habe hier auch noch 4 HE drin. Na gut, wenn man vielleicht mal auf einen 10er trifft. So einen WT oder WTPZ. Wir lassen es mal drinnen. Wir lassen es mal drinnen. Ansonsten 32. Ihr habt genug Schuss eigentlich mit. 32 APCR, 15 HEAT. Bei dem eigentlich genauso nur, dass ich die HE weggelassen habe. Also 36 APCR. Und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Runde rein. So, wir sind in einer Runde. Inbekleidung. Ihr habt es ja gerade eben schon im ersten Videoteil gesehen, dass ich einen Invite gekriegt habe. Da dachte ich mir, hole ich mir den armen Kerl einfach dazu, dass er mit mir leidet. Ja genau. Und wir sehen einen Kandidaten links hinter uns. Äh. Die Gunmarks wurden wahrscheinlich, weil du mich das gerade noch fragen wolltest. Ja. Noch nicht gebalanced. Wir haben zwei, fünf, sieben direkt mit vier Gunmarks hier links hinter uns. Noch nicht gebalanced. Ach cool. Also entweder wurde es einfach nur so gemacht, dass es nicht mehr geht um die Leute, die behalten durften. Oder er verliert sie jetzt nach der Runde. Obwohl das ist egal. Wenn sie drauf sind, sind sie drauf eigentlich. Ja eigentlich, wenn sie drauf sind, sind sie drauf. Du musst ja quasi, wie Mirko ja gesagt hat in der Memo, du musst ja dann quasi ein Backup draufladen. Das ist ja geil. Nein, also ein Glückwunsch vor Gaming. Ja, auch wer dann gestern gefahren hat. Also ich weiß jetzt, dass irgendjemand, wie ich mit vier Gunmarks umfährt, dass es ja auch schlecht sein kann. Ja, also wie gesagt, auch nochmal auf deine Frage wegen, du bist relativ aggressiv, ne? Wir haben ja nicht viel. Das ist nämlich eine 10 Runde. Oh ja, wir haben 183er. Effektiv als Scout, würde ich sagen. Ich bin anvisiert, dahinter steht noch irgendwas. Oh ja. Hallo. Jetzt sehe ich hier gerade aber den Vorteil von dem Panzer, dadurch, der so hoch ist, kann ich hier problemlos über die Steine schießen. Der Kampf noch relativ sichtigen. Steige es gegen uns. Die Lorraine will die. Alter, alles klar. Die Lorraine, die will mich, ja. Und ich befürchte auch, dass die mich kriegen wird. Kommst du hinter die Ecke? Naja, die wird mich kriegen. Ich meine, hat sich davon auch wieder gewasted, aber war halt wichtig, ne? War halt wichtig. Ey, egal. Haben wir mehr Zeit zu quatschen. Noah fährt den CS-52-List übrigens auch gerade zum ersten Mal. Ich habe ihm nur gesagt, dass es in meinen Augen ein gedopter T-44 ist, weil ich schon den sehr stark finde. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr den findet. Aber ich finde den schon recht krass. Allein schon der Alpha-Unterschied von 250 auf 320. Ja, ich habe mir mal gedacht, komm, steht in der Garage unausgerüstet vom letzten Season Pass. Schaust du mal? Oh, du bist auch schon gut zu mir, stimmt? Ja, ich werde hier auch hin. Oh ja, ja, wenn das nicht gleich schon vorbei ist mit dir. Wenn das nicht gleich schon vorbei ist, ja. Ich fahre, fahr runter, fahr runter. Da liebe ich mir wirklich den Cold War Modus, weil da habe ich das Problem nicht und hätte vorher schon gewusst, was da hinten steht. Ich muss jetzt hier irgendwie, ich bin halt auch überhaupt nicht klein, ne? Ich fahre jetzt nicht. Nein! Nice. Der Alpha ist schon geil, ich meine, das Ding ist nicht mehr Meta, muss man ganz klar sagen. Ne, das ist schon reiner Sofortmedium eigentlich. Aber es ist ein Sparspanzer, so 390 Alpha. Ich meine, das hat das noch, das hat das einen Traugen, hat das noch. STG stimmt, aber STG ist auch nicht mehr Meta, mit dem Maximale Traugen halt noch. Ne. Ähm, deswegen, also, ist halt ein Sparspanzer noch. Das ist jetzt auch leider nicht schnell, ne? Mit 13 PS pro Tonne ist er leider recht träge. Aber was haben die jetzt nochmal verkackt gehabt? Also die haben einfach, dass man nach einem Gefecht schon direkt bis 100% war. Man musste eine gute Runde fahren, nicht mal übertrieben, sondern einfach nur eine normale gute Runde, um aufs Thema Gunmark nochmal zu kommen. Und dann hattest du vier Gunmarks drauf. Ach ja. Hat mir Kevin zum Beispiel gestern, der interessiert sich halt für die Bulldogs, er hat sich den geholt, ist in eine Runde gefahren, hat 3000 Damage zusammen gefahren, hatte direkt die vierte Gunmark. Mit einem Gefecht. Ach, mit einem Gefecht? Von 0% auf 100? Ja, von 0% auf 100 direkt warst du. Ach, ist ja interessant. So, und das, äh, gibt dir natürlich sehr viel Hoffnung, dass das auch gebalanced wird, steht in jeder Frage jetzt, äh, wie wir sehen, neben mir das 257, äh, gut, jetzt hab ich, ich hab nicht aufgepasst, ganz ehrlich, jetzt hab ich wegen Gepen, wegen dem Indien. Ähm, das ist schon ein bisschen traurig. Das ist sehr traurig. Funktion war ja der Ansporn für viele. Kann ich mal kurz hier durchswitchen noch, wenn ich tot bin? Naja, das hat keiner mehr, hat keiner mehr. Keiner der lebt zumindest, ne, wo muss man... Ne, keiner der lebt, äh, nee, das war ja immer so, dass das Alleinstellungsmerkmal von World of Tanks, halt zum Beispiel World of Warships, hat's ja nicht, ähm, dass man eben diese Gunmarks auch was gut mit der vierten Gunmark, das war nochmal ein Alleinstellungsmerkmal von der Konsole, da wollten sie nochmal ihre Extrawurst haben, das soll sich ja nicht... Ja, ja, genau, sie wollen sich ja herabsehen, also, ähm, herabsehen. Also, mit dem Patch haben sie das richtig gut hingekriegt, dass sie auf sich herabsehen können, weil, ich glaub, schön, dass ihr eine vierte Gunmark habt, sagt jetzt W.O.T.P.C., aber mit einem Patch habt ihr's komplett versaut. Äh, das ist ja Gigi. Ja, weil, also, jetzt mal, jetzt mal ausgenommen davon, dass die Gunmarks sowieso von der einen Überarbeitung, äh, die sie ja mal getätigt haben, ähm, mit dieser neuen Rechnung, ähm, dass das sowieso schon Humbug war, äh, aber... Jetzt halt dann, so werden wir dann hier so Leuten, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch keine dritte Gunmark haben, ähm, einfach mal die goldenen Dinger draufgeschraubt und, äh, was weiß ich, ich hab jetzt zum Beispiel gestern keinen VOD gesagt, ich mein, mir ist es sowieso scheißegal, was ich mittlerweile für Gunmarks, was ich mittlerweile für Gunmarks drauf hab oder so oder nicht, aber, ähm, jetzt so für einen Spieler, der jetzt, denk ich mal, noch richtig drin war in dem Game, Wenn es das überhaupt noch gibt, gute Spiele, die richtig drin waren in dem Game, ähm, dann, äh, dann muss man halt schon sagen, ähm, fühlt man sich vielleicht noch ein bisschen verarscht, weil, äh, man, man selber grindet da ewig viel drauf, ähm, gerade jetzt ist das ja auch mega schwierig, weil du ja kaum was an Prozenten dazugewinns, dank dieser neuen Rechnung, ähm, egal, ob es jetzt eine gut, eine überkrasse Runde ist, eine 10k-Runde oder so, die gibt's ja auch manchmal nur so 0,5% dazu oder sonst irgendwas, ähm, je nach Panzer halt, und, ja, wenn sich da zum Beispiel einer wirklich die Mühe immer gemacht hat, auf eine fette Gunmark zu grinden, ähm, ja, dann würde ich mich auch verarscht vorkommen. Vor allem tun mir jetzt auch die Leute, die wirklich sowas gegrindet haben und jetzt in einen Topf geworfen werden, wie die, die es halt jetzt mit einem Gefecht gekriegt haben, durch einen fairerhaften Patch. Du weißt ja nicht mehr wirklich, ob derjenige halt sich die Mühe gemacht hat, ob er es wirklich wert ist, muss man leider mal so direkt sagen, oder, ob er halt einfach nur abgestaubt hat und ein übelster Dulli ist, um es noch nett auszudrücken. Das ist wirklich so, also, da hat Wargaming wieder, also Wargaming-Konsole, Chicago, wieder beste Arbeit geleistet, äh, kann nicht anders sein. Der Praktikant wieder am Werk. Äh, der Praktikant, der macht schon das ganze Spiel, Alter, wenn du danach gehst, also... Ein Mann im Mittelstudio, der Rest ist in der Presse. Die haben ja gesagt hier, äh, die Mittel sind begrenzt, und, äh, ja, wahrscheinlich tut sich Jackie Craigie dann einfach mal so kurz mal in ein Video reinsetzen, kurz mal sagen, was Sache ist, also, was für ihn Sache ist, äh, und, ja, dann hat sich das halt ganz schnell, so als Fallschirchen mit dem hier. Das muss dann halt auch reichen können. Genau, das muss dann halt auch reichen, weil der Rest macht halt der Praktikant, und da muss man halt mal schauen, ob er es Sinn kriegt oder nicht, jetzt hat er es halt mal verkackt, wie so oft. Ja, da kriegt er halt mal einen Lohn abgezogen. Ist halt echt so, äh, ne, wahrscheinlich nicht mal das, wahrscheinlich klatschen so noch alle in die Hände dafür. Äh, die haben noch mehr effektive Spieler. Ähm, ich hab noch was gelesen, also, an News zu dem Update, da war ja wieder sehr viel Unnötiges dabei. Ähm, ja auch. Aber was ich ganz interessant fand, war ja diese, ähm, äh, neue Karte, die da reinkommen soll. Mhm. Ähm, die kommt ja tatsächlich auch in beide Modi rein, bin ich mal gespannt. Gerade weil wir ja, wenn wir dann momentan nur Koldhofer haben. Mehr, ja, überwiegend. Aber ich hab hier gelesen, irgendwas mit, warte, ich schau kurz nochmal, mit der Anzahl von Spielern pro Stufe da, irgendwie sowas. Wo war denn das? Ja, Freunde, wir haben hier den nächsten vierte Gunmark, einmal der Emil 2 links neben mir. Ah, muss ich gleich gucken. Das haben sich ja wirklich welche die Mühe gemacht. Wir haben eine Neunerlobby diesmal, das ist, vielleicht läuft es jetzt besser. Das ist angenehmer. Ja, das ist doch richtig toll, also meine Güte. Fühlt sich echt belohnt an, also ich mein, wir waren ja auch damals sehr, ja, enthusiastisch, ne, wie drückt man das aus? Sehr ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Unsere dritten Gunmarks, wo die vierten noch nicht da waren, wirklich zu grinden. Wir haben da wirklich Sessions gemacht, wo sehr viel Frust dabei war, sehr viele Ragequits. Ja, also man kennt's ausgieblich. Es ist halt noch frustrierender jetzt zu wissen, dass es Leute gibt, die eine vierte haben, die noch niemals eine Garnmark vielleicht gesehen haben, die neu sind im Spiel auch. Und einfach so jetzt, zack, bumm, hier, Weihnachten. Das ist genauso frustrierend wie das Team, wie sich's gerade aufteilt. Ja, ich würde auch sagen, dadurch wir... Ich bleib hier hinten stehen. ...fahren wir jetzt nicht ganz vor. Ne, ne, ich bleib hier hinten stehen. Ähm, ja. So, wir fahren jetzt auch die Schirmen-Version mit dem Stabi ohne Optiken. Habt ihr gesehen, der Zielkreis war halt doch ein bisschen groß und dadurch die Zielabfassung jetzt nicht die schnellste war, war es ein bisschen beklemmend, sag ich jetzt mal. Mal schauen, vielleicht ist es wirklich mit Stabi besser. Müssen wir mal gucken. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. 340 Global, schönes Ding. Aber er hat... Jawohl. Danke, Artie. Aber zum Glück gibt es Arties. Zum Glück gibt es zwei Arties. Ähm, ich würde mich sogar schon wahrscheinlich zurückziehen. Ja. Wenn die hier schon eingezielt ist. Rückzug ist keine Schande, Freunde. Die Fronten zu verlagern ist meistens cleverer, als sich einfach aufzuopfern. Vor allem für so ein Team, was sich nicht in Bewegung setzt. Deutlich besser. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt der STI denkt, alleine vorfahren zu müssen dort. Ja, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt könnte man ja mal pushen. Jetzt ist es noch ein bisschen später. Jetzt ist es noch ein bisschen später. Jetzt ist es wo ich schon als nächstes bin. Oh Mensch, wir hatten einen Scout. Habe ich nicht gesehen. Man, man sehe und stauner. Ja, der, 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 der kommt jetzt in Szene, der Scout. Also, pass mal auf. Ja, ja, ja. Ich bin, pass auf. Den Aguilar, den hat er wahrscheinlich auch geschenkt bekommen. Vom letzten Pass. Ja, genau. Was ist denn das? Ach, ist das da der Bulldog? Das ist der Bulldog. Das ist der T1. Oh, okay. Ist ja interessant. Meinst du, der das rausgefangen ist? Bulldog. Steht noch hinter dem Stein. Steht noch hinter dem Stein. Ach, geil. Die Arti schießt die Plinthin. Alles klar, du ja. Arti? Naja, Arti schießt die Plinthin. Nett. Das ist der Bulldog? Respekt, Alter. Ich bin nicht mal offen, Alter. Boah, wir haben einen Bau umgefahren. Ich mit so viel Spielerwissen habe ich nicht mehr gerechnet. Rechnen ich sowieso eigentlich nicht mehr, aber... Ah. Ja, das ist jetzt hier eine schwierige Situation wirklich für uns. Ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt gegen den Bulldog da nicht wirklich sehe. Zumindest steht halt ein bisschen kacke, muss ich mal sagen. Ja, die Artis sind halt ein bisschen sehr kacke. Das ist ja die Obeidee. Ich hätte den STG treffen können. Ey, ich habe jetzt gedacht, da kommt ein Stein. Deswegen habe ich mich abgedrückt. Du bist wieder offen. Ja, jetzt habe ich das AIM versaut. Oh, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt. So, STG habe ich zum One-Shot degradiert. Komme ich gerade leider nicht drauf von meiner Pose, ich bin zu flach. Ja gut, alles klar. Wenn du auf den Bulldog kommst, rei... Oh, fuck. T32. Ja, der muss ein bisschen höher kommen. Hm, der hat mich ja schon gerade gespottet, aber das ist ein Problem. Ach, jetzt hat die Kanone mal hart getrollt tatsächlich. Und ja, ob die Zeit, die fliegt halt schön schnell, ne, von dem her. Kommt doch gleich eh wieder die Art hier, oder nicht? Nein, vielleicht. An der Runde habe ich jetzt nicht wirklich viel gemacht, aber das habe ich ja eben auch nicht. Bei mir hält sich auch noch eine Grenze mit 1.400. Kommt schon mit dem Bulldog. Aber ja, wie Noah auch schon in der ersten Runde gesagt hat, es ist halt auch kein Medium mehr, der in der Meter steht. Also es gibt mittlerweile so viele Premiums, die besser sind, tausendmal besser sind. Also immer höher, weiter und bis in den Himmel hinaus machen wollten, oder was auch immer. Ist man schön paid für die Panzer, weil sie dann so gut sind. Ähm, da fragt man sich, was ist aus dem alten Gedanken geworden? Premiums sind nur zum Silberfarben und sollten schlechter als die Techrease sein. Den Gedanken kannst du schon in 2008 lassen. Wie David sagen würde, damals. Du lebst in der Vergangenheit, mein Spiel. Ja, schade, aber trotzdem eigentlich ein schöner Panzer, ich mag ihn sehr. Ist halt wirklich ein Spaß-Panzer dann in dem Sinne nur noch. Muss man spielen wollen, wie gesagt. 93 Alpha ist halt schön. Tut doch mal eine Kelle weh. Die Pen ist halt relativ wenig mit den Standard 200 nur auf der APCR. Ähm, jetzt kriege ich hier gar nichts mehr, aber auch von der Runde ab. Jetzt gehen wir mit 1400 nur raus, oder was? Das ist jetzt aber ein bisschen hier nicht euer Ernst. Bist du schon gut bei der Sache dabei, Alter? Mit 1400. Naja, ich... Da ist noch ein Conway. Da gibt es noch einiges abzusnippen. Ja, gut, er hat, äh... Komm, ich will er noch einen Schuss drauf machen. Das ist wie das Zimmer 1000 zusammengekommen, alles. Ah, ja, er ist halt schneller nachgeladen als ich. Ich spau's. Ich spau's an, Alter. Was, am Heck? Junge. Bitter. Bitter. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, Freunde, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Jetzt gucken wir hier mal dem Meister im STG zu. Meister im STG, ja. Machen wir ein bisschen Druck jetzt hier? Äh, klar, wir haben ein 275 HP. Glücklich. Ja, ist toll. Ja, so schnell geht's halt, ne? Gut, da hat jetzt auch wieder das Gegner-Team echt gute Arbeit geleistet, also... Da haben wir auch wieder den nächsten Premium, der vorne den Kraft gekühlt hat. Das zum Beispiel einer dieser höher-weiter-hinauspanzer ist. Das ist gar nee. Die gab's auch nur. Nee, nee, nee. Die ist oft schon geschenkt jetzt, dass die jeder hat. Hm, ja, ja, ping mich ruhig an, klar. Ach, wie schön. Los, komm. Snap! Er wird... Oh, hat's auch getroffen. Cheat! Cheater! Kann nicht sein, darf nicht sein. Die Anzeige ist raus. Ist so. Oh, die steht da hinten. Oh, die steht da hinten. Na toll. Na toll. Ich werd's nicht drauf kommen. Oh, wahrscheinlich nicht. Die steht da auf safe bei dem Haus. Willst du das blind versuchen? Nö, die geht ja gleich auf. Das ist ja schon ein bisschen... Das ist ja schon ein bisschen... Das ist ja schon ein bisschen... Die Runden waren so schnell, du kannst eigentlich noch eine dritte dran. Ja, komm, dann lassen wir das hier laufen und machen jetzt noch eine dritte dran. Ja. So, zack, hier haben wir direkt... Achso, das war von Dings hier abgeschlossen, okay. Achso, das ist ja schon ein bisschen... Ja, so... Nur nichts kaufen. Tatsächlich hab ich jetzt auch die zweite auf meinem Revalorise... Revalorise... Ach, keine Ahnung, wie man französisch ausspricht. Ich bin gar nicht so drin. Das stimmt. Erstmal ein bisschen Sprachfehler am Start. Ach, Gott. Auf dem Bulldog, da müsst ihr selber wissen, ob ihr euch den holen wollt auch. Ich bin jetzt nicht so der Fan, ich seh's halt auch nicht ein. Den für den jetzt noch mal zu bezahlen, weil halt bessere da sind. Und... Auch allein aus dem Fakt, das wollte ich bei der ersten Runde schon sagen. Da hat mich Noah nämlich drauf gebracht mit. Das ist doch eine Frechheit, schon wieder ist. Das ist so ein Panzer. Du nimmst einfach ein bisschen... Da kommen wir wieder zu meinem... Der Grund zum Grinden-Video. Das ist ein Panzer, du nimmst einfach mehr Geld in die Hand und hast ne. Du musst dich nicht anschauen. Ja, das Ding ist halt, dass da halt für... Ja, für 4000 gibt's den Pass, dass du 30 Stufen schon weiter bist und für 6000 gibt's dann ja noch den Bulldog noch oben drauf. Also für 2000 Gold mehr. Ne, andersrum. Ist jetzt schon... Ne, für 2000 kriegst du den Pass, ja. Und für den großen Pass kriegst du ja... Nein, 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 also ich mein für 4000 kriegst du den großen Pass mit 30 Stufen. Und dann für mit dem Bulldog, der kostet dann ja 6000 was. Also 2000 mehr als der... Jetzt... 2000 für den Achter ist jetzt halt schon, ja... Ein gutes Angebot. Kann man mitnehmen, oder? Kann man mitnehmen, ja. Man muss nur dazu gesagt, also einfach mal dazu sagen, dass einfach der Bulldog auch nicht ne Meta ist. Ne. Also das, was zum Beispiel Noah gerade fährt, ist genau so ne Frechheit. Das ist ja der Spick mit Autoloader, den ich ja gerne... Das ist ne Frechheit... Ne Frechheit auf Ketten, ist das ja. Allein schon, außer, dass du den Bulldog nicht gefahren bist, würdest du auch sagen, die Spickvarianten sind 10 mal stärker auf der Korne-Roller. Deutlich stärker. Also gerade die Hot Wheels-Dinger hier, ähm, die haben ja noch die Heat. Äh, weißt du, es ist mir bis jetzt fast nie bekannt, dass ein Heat schneller fliegt als ne AP, aber bei dem Panzer ist es so. Stimmt. Ähm, das heißt, du hast hier, du hast hier mehr Penn, du hast hier mehr Fluggeschwindigkeit, äh, du hast eine Heat, die nicht an irgendwie, jetzt, äh, hier, abgeschrägter Panzerung da verliert oder auf Distanz verliert, äh, ne, du hast eine Heat, die scheiße schnell fliegt. Ja. Ähm, und das ist dann halt schon, ja, ne Frechheit. Ich glaube, das ist auch der einzige Panzer, wo ein Heat wirklich schneller ist als alles andere. Das ist möglich. Ja, also, das ist halt wirklich, hier läuft so viel falsch gerade. Also, ich meine, der ist ja schon länger drin. Aber, da gibt's ja auch, wie viel, vier oder drei Varianten, wie viel gibt's davon? Vier. Es gibt vier verschiedene Varianten. Es gibt den, es gibt den Trail-Pacer, den Tiger-Shark und dann gibt's ja noch die zwei, die man sich kaufen konnte, oder? Ja, richtig. Dazu jetzt mal abgesehen davon, dass, äh, dieser Clip, den das Ding hat, mit der Reload-Time, krass OP ist. Ähm, aber ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Bulldog ist nicht mehr Meta und zu früher gesehen, da, wo er wirklich Spaß gemacht hat, dass man ihn spielen konnte. Ähm, alles klar, ich bounce an dem Ding. Alter, geht der Agila jetzt mal raus? Nee. Kann ich das machen, oder was? Ja, musst du machen, weil ich bin Reload. Weil ich an seiner Kette hängen geblieben bin. Da kommt der nächste Jode, Jochen. Der hat auch vier Gunmox übrigens drauf, von dem ich jetzt. Ach ja. Och, Alter. Hinter uns ist auch schon Jode, Jochen. Ähm. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, genau. Also früher, wo der Bulldog wirklich noch gut war und auch, ich meine, Spaß macht er wahrscheinlich immer noch, ähm, da konntest du ja wählen zwischen Autoloader und zwischen Einzelschuss. Und da war der ja noch auf Stufe 7, war das doch. Ähm. Selbst da war der mit Einzelschuss besser. Also, effektiver, sagen wir es mal so. Aber mehr Spaß gemacht hat er eindeutig mit dem Autoloader und, ja. Ja, also das ist halt einfach unnötig. Hättest auch einfach sagen können, ja, wir wollen ihn wieder drin im Spiel haben, dann tun wir halt ein zweites Paket drauf. Ne, es war einfach ein zweites Paket drauf auf den Bulldog, auf den 8er. Hier kannst du drauf machen. Und gut ist. Kannst du etwas spawnen für den, äh, spawnen? Ja, kann ich machen. Ich bin offen jetzt, wenn ich raus muss eigentlich. Schmutz. Ja, da steht noch ein dicker Max. Stammt. Stammt. Jetzt hier der Panthera, der wird jetzt mal abgefrühstückt. Ganz entspannt. Drei Leute stehen da drüben. Ja, jetzt stehen noch die Art hier und der Medik, der eine Medium noch irgendwo. Ja, der hat sich nicht gut gemacht. Na, das ist für 16. Ja, da hat er der Spot gefehlt. Der steht auch auf den Dünen. Das ist so, okay. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben halt nur so viel Lights, dass hier halt wirklich so nichts gemacht wird. Ach, das ist halt... Ja. Ja, schade. Aber die Runde war am Abschluss doch noch besser. 2800 ist für ihn eigentlich ein guter Wert. Dadurch er halt auch so eine relativ schlechte DBM hat, sag ich mal. Und die Penn ihn ja auch balanced. Wenn er dann meine 10er Lobby sieht, ist halt auch nicht so geil. So, auf die Dünen hast du gesagt. Ja. Dann fahren wir da mal hin. Ja. Das wäre es eigentlich so von unserer Seite zu dem jetzigen Season Pass und auch der Veränderung. Ich weiß nicht, es gibt mehr Decker mal. Ja, aber es gibt auch... In diesem Season Pass gibt es natürlich auch eben gesehen, auf Stufe 75 gibt es diesmal keinen Panzer. Ich meine, finde ich es nicht schlimm, dass man jetzt nicht noch weiter Premiums geschenkt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nichts anderes. Es gibt auf Stufe 25 den T-34 Shielded. Ah, okay. Und dann gibt es auch T-34, den Skorpion. Und dann 50, genau, den M56 Skorpion, der CMR TD. Und auf Stufe 100 gibt es dann halt den Super Sherman und den Marker 5. Naja. Gott, was ist der denn? Der ist noch Damage-Strahler. Der will die Artie sein, Alter, ist halt noch Full-Life, ne? Der hast du schon die ganze Zeit dahinten vergammelt. Du kommst mir so langsam vor, ne? Ja, das ist das Einzige, was dem Panzer so ein bisschen fehlt, mein Gott. Dafür ist der Damage-Output unfassbar frech. Ach, nee. Wenn ich diesen Intra-Clip sehe, wie schnell dieser Kreis voll ist. Und dann wie schnell einfach der Reload. Guckt euch diesen Kreis an, das ist der gesamte Reload, wie schnell der da gerade durchhämmert. Und das halt für 680, ne, 700, äh, 720. Also, das ist nicht, ja. Also, ja. Doch, jetzt nach drei Runden auf dem Treppchen, Zweiter Weltkrieg nicht verlernt. Naja, gut. Reifst dann auch. Äh, 86% haben wir noch mit dem gemacht. Gut, unser Team aber auch nicht wirklich viel gemacht. Wir haben schon echt gut uns damit Mühe gegeben. Ja. Äh, den gibt's kostenlos ja. Wie gesagt, den Superschirmen. Also, den kriegt ja jeder von euch dann. Ob er ne behält, ist die eine Sache. Ich würd's auf jeden Fall machen. Ich fand ihn ganz cool, wenn ihr Zweiter Weltkrieg gerne fahrt. Ich find den immer noch stark. Man muss ihn halt jetzt so gut spielen können. Es ist halt, wie gesagt, die Zeit von ihm ist... ...schon Jahre vorbei. Ich weiß gar nicht, wann der überhaupt reinkam. Das war... Boah. ...schon locker vor 3, 4 Jahren. Könnt hinhauen, oder? Da ist schon lange drin, auf jeden Fall, das Ding. Ja, jetzt ist auch schon länger. Das ist schon relativ alter Prämie, wenn man das so sieht. Ja, ja. Und... Ist zwar jetzt noch nicht so ganz von der alten Garde wie Typ 59 oder so, aber... Ja, gut, das sind ja die Urgesteine mit T34. Die, die halt noch plus eins, minus eins zum Fall auch noch haben. Ja. Aber, er ist gut. Maggach-Video kommt, wenn ich halt den Maggach hab dann. Ich werd mich nicht durchklicken durch den Pass. Das seh ich dann irgendwie nicht ein. Und... Verständlich, glaub ich. Ja. Ja. Ich find, ihr könnt euch auf Stufe 100 freuen. Müsst ihr aber, wie gesagt, selber wissen. Ist immer ne Geschmackssache auch. Und ansonsten lasst euch von dem Gunmark-Ding nicht zu sehr abfacken. Wenn ihr das Spiel noch gerne spielt, ist das jedem selbst überlassen. Wir spielen's ja auch noch, nur halt eher im Cold War jetzt zur Zeit. Da wird's wahrscheinlich auch nicht besser aussehen mit 4. Gunmarks, wenn ich da jetzt dran denke. Ah... Bitter, Alter. Aber jetzt können wir Mirko richtig schön aufziehen, ne? Mit seinem M60R2, wenn er da welche sieht. Ach ja, stimmt, ja. Das müssen wir... Wenn Mirko den vielleicht mal jetzt danach gefirmarkt hat, dann müssen wir sagen, das ist ja eh an dem Dach gemacht, hier bei dem Patch. Boah, der ist getriggert bestimmt. Gut, Freunde. In diesem Sinne wär's das erste Mal mit der Übersicht. Das ist doch länger geworden als gedachtes Video. Schreibt gerne mal drunter, ob ihr euch freut, wie ihr das so findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht wieder mit Gast, spontan. Vielleicht wieder Solo. Mal gucken. Ja. Eingehauen. Bis zum nächsten Mal.